Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Partei Die Linke in Thüringen macht eine klare Kampfansage an die Alternative für Deutschland. Er möchte sie nämlich unter 30% bei den Landtagswahlen in diesem Jahr bringen und selber mit der Partei Die Linke auf über 30% kommen. Ihr habt richtig gehört. Bei aktuellen Umfragewerten von 17% scheint das mehr als lächerlich. Und das gucken wir uns gemeinsam heute an. Moin zusammen, ich bin der Olli. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo für kritischen Content dalassen. Und wir sehen einmal hier, MSN Ramelow will mehr als 30% bei Landtagswahlen in Thüringen. Ja gut, also ich möchte einen Porsche GT3 RS. Ich möchte gerne eine Villa mit 2.000-3.000 Quadratmetern Grundstück, 250 Quadratmeter Wohnfläche. Ich möchte gerne mehr als 2 Millionen Euro auf meinem Konto haben. Soll ich noch weitermachen? Ich glaube, ihr wisst, wo das hinführt. Wunschdenken. Das ist doch pures Wunschdenken. Wisst ihr, bei der Politik, die seit Jahren jetzt, seit 2020 bereits, in Thüringen gemacht wird, wo eine Wahl versprochen wurde, neu zu machen, sprich, dass die Bürger Neuwahlen bekommen, was bis heute nicht stattgefunden hat, stellt sich der Mann hin und glaubt allen Ernstes, er würde ein Drittel der Bevölkerung in Thüringen von sich überzeugen, die ihm seine Stimme geben. Das halte ich jetzt mal ganz, ganz für unwahrscheinlich. Ihr könnt das ja für euch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Die BILD berichtete auch nochmal darüber. Regierungsprogramm vorgestellt. Bodo Ramelow mit Kampfansage an die Alternative für Deutschland. Und dann schreibt doch mal gerne rein, würdet ihr eher die AfD wählen oder die Partei Die Linke wählen? Also Ramelow-Partei. Und dann sehen wir das Ganze hier. Mit Zielen wie einem dritten beitragsfreien Kita-Jahr und einem Landeswahl 28-Euro-Ticket für junge Leute will die Parteiwähler gewinnen. Eine Landeswohnungsbaugesellschaft soll gegründet werden, die mit 100 Millionen Euro Startkapital 1.500 Wohnungen bauen oder sanieren und mit Sozialbindung anbieten soll. Wer soll diese 100 Millionen jetzt bereitstellen oder ist das dann ein Sondervermögen zu Deutsch Schulden? Ich befürchte, ich kenne die Antwort. Aber das Ganze geht hier noch weiter. Man plant hier mehr Gemeinschaftsschulen und den Ausbau kommunaler Gesundheitszentren. Und zum Thema Gemeinschaftsschulen, es ist doch ein gescheitertes Projekt, oder? Kann man das mittlerweile nicht so klipp und klar sagen? Also die Bekannten, die ich habe, die als Lehrer arbeiten, sagen mir jedes Mal aufs Neue, dass dieses Konzept schlechter ist als Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Wie es das Jahrzehnte in diesem Land gegeben hat. Aber nein, man möchte ja schon nicht anfangen, in der Jugend die Jugendlichen zu kritisieren. Du kannst halt ein bisschen mehr, du bist ein bisschen fleißiger, du bist ein bisschen fauler. Nein, sowas geht ja nicht. Das müssen wir alles in einer Klasse machen. Und klar, man passt sich ja dann nicht im Besten an. Weil dann zu viele nicht mitkommen mit dem Unterrichtsstoff. Und man geht ja eher hin und macht es unten. Das heißt, der gute Schüler, der sehr Begabte, der es unterfordert. So schafft man sich natürlich ganz, ganz, ganz schlaue Schüler. Geht hier weiter. Schulnoten in Sport. Kunst und Musik sollen abgeschafft werden. Die Partei lehnt eine Schuldenbremse ab. Ja, da war auch die Antwort für hier oben, wie das Ganze finanziert wird. Ja, darauf wird es halt hinauslaufen. Aber hier heißt es dann auch noch ganz genau, Ministerpräsident Ramelow bekräftigte den Regierungsanspruch der Linken in Thüringen und machte der AfD eine Kampfansage. So will Ramelow, Zitat, die AfD unter 30 Prozent und die Linke über 30 Prozent bringen. Das kann der doch nicht ernst meinen. Das kann der doch wirklich nicht ernst meinen. Die BILD schreibt es ja hier richtig, dass sie aktuell in Umfragen zwischen 15 und 17 Prozent rumdümpeln. Dass man dann von der Verdoppelung spricht, das ist wirklich so weit weg von der Realität. Denn, sie schreiben auch richtig hier, AfD zwischen 31 und 36 Prozent. Und das ist realistisch. Bei einer guten Politik, die dort gemacht wird, von der AfD. Und das Krasse ist ja, es wird ja immer so getan, als wäre die AfD das, was man mit dem Weihwasser nicht anfassen darf in Thüringen. Besonders dort. Und versucht sich da immer wieder zu verwehren. Aber das ist ja nicht die Realität. In der Minderheitenregierung, was ja Bodo Ramelow da jetzt seit vier Jahren am führen ist, ist es ja so, dass dort auch mit der AfD gemeinsam abgestimmt wurde. Gerade im April letzten Jahres. Wenn es natürlich genehm ist, wenn es für den eigenen Vorteil ist, dann sind die dreckigen, bösen Stimmen der AfD offensichtlich wieder gut. Das ist pure Heuchelei, meiner Meinung nach. Das ist schon sehr, sehr peinlich. Und man hat natürlich noch einen weiteren wichtigen Gegner, der jetzt hier in Thüringen dazukommt. Das ist Bündnis Sarah Wagenknecht. Und ja, da wird die Partei, die Linke, natürlich Stimmen dran verlieren. Wir sehen das ja hier, wenn wir uns hier die letzten zwei Wahlumfragen angucken. Gewichtet hier und dann 19.03. AfD 30 Prozent. Also ganz eindeutig. Was willst du dazu noch großartig sagen? CDU 20,5. Linke, da ist sie erst am dritten Platz. 17 Prozent nur. Die sind ja noch nicht mal mehr auf dem zweiten Platz in der Umfrage hier. BSW, da ist es schon dicht auf den Fersen mit 14 Prozent. Was möchte dieser Mann denn? Ja genau, so wie ich ein GT3 RS und ein Haus und eine Wohnung und was weiß ich. Alles einfach ein bisschen Kohle auf dem Konto. Ja, 10 Bitcoins nehme ich auch noch. SPD 7,5 Prozent, Grüne 5. Das wird eine ganz, ganz knappe Kiste. Und FDP irrelevant mit 2 Prozent. Aber hier ist sogar die Werteunion mal drin mit mickrigem 1 Prozent. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber interessant dazu ist ja auch nochmal, wenn wir nochmal dran zurückdenken, erinnert ihr euch an den sogenannten Klo-Deal, den damals 2020, vier Jahre her, Ramelow ausgeplaudert hatte? So lügt sich Ramelow um Kopf und Kragen, hieß es hier von der Bild seiner Zeit. Und die einen oder anderen werden sich an die Situation erinnern mit dem Klo-Deal. Also das war auch schon eine ganz, ganz krasse Nummer hier aufs Landtagsklo. Hätten sich vier CDU-Abgeordnete während der Abstimmung verkrümeln sollen und die Wiederwahl Ramelows als Ministerpräsident zu ermöglichen. Und legte sogar später nach, er habe diese Variante mit seinem Team und Rot-Rot-Grün durchdiskutiert. Ja, mittlerweile sieht es anders aus. Interessant aber ist auch das hier bezüglich seinem Lieblingsspiel auf dem Handy oder auf dem iPad, das Candy Crush. Wer das nicht kennt, das ist dieses Spiel hier. Also ich werde es nicht werten. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren machen. Und da geht es speziell darum, er gibt hier zu, dass er ein Bierchen zu viel getrunken hat, als er davon erzählt hat. Krass, oder? Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Hier, März 24, ganz aktuell. Vor rund 400 Gästen sprach er über seinen umstrittenen Auftritt bei der Quassel-App Clubhouse, damals 2021. Da hatte er damals erzählt, wie viel er Candy Crush schaffen könnte während hier einer Ministerpräsidentenkonferenz, wo über die C-Einschränkungen über uns alle entschieden wurde. Das ist schon wirklich eine ganz, ganz krasse Nummer. Ja, und dann sagt das nämlich hier, Zitat, ich war ziemlich angetrunken. Die drei Bier waren doch zu viel, um Clubhouse zu spielen. Und das ist kein Spiel, das ist ja eine Kommunikations-App, die es war, die aber auch schon wieder mittlerweile komplett verschwunden ist. Also Freunde, ihr könnt ja gerne mal jetzt in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr davon haltet, wird der Herr Ramelow 30% knacken, wird er überhaupt noch 17% knacken, oder 20% und dann 15%. Was denkt ihr denn, wie die Partei, die Linke dort abschneiden wird? Ich glaube, er ist weg vom Fenster und er weiß das und er versucht natürlich jetzt hier, böse Miene zum guten Spiel zu machen, wie man so schön sagt, und das Ganze natürlich komplett andersrum aufzuziehen. Die Alternative wird definitiv in Thüringen, meiner Meinung nach, die Wahl gewinnen. Da müssen schon ganz, ganz krasse Sachen passieren, damit das nicht der Fall ist. Und dann werden wir ebenfalls den ersten AfD-Ministerpräsidenten, wahrscheinlich, gegebenenfalls, könnte das Björn Höcke sein, sehen. Außer man wird hier irgendwelche Maßnahmen noch vorher ergreifen. Man kennt ja die Parteien, wie sie bei solchen Sachen vorgehen. Schreibt eure Meinung jetzt in die Kommentare, abonniert den Kanal. Danke, bis zum nächsten und ciao.